Servus und willkommen zu einem neuen Mathe-Video. Heute lüfte ich das Geheimnis um die binomischen Formeln. Wie im letzten Video schon versprochen, will ich euch heute das Geheimnis der binomischen Formeln zeigen oder erzählen. Vorher will ich euch aber noch was anderes zeigen, nämlich wo die binomischen Formeln herkommen. Wir nehmen uns das a plus b zum Quadrat her und da wissen wir ja, das ist a² plus 2ab plus b². Jetzt könnte man sich die Frage stellen, wenn da a plus b zum Quadrat steht, warum quadriere ich nicht einfach nur a und quadriere einfach b und fertig. Wer hat sich das ausgedacht, dass man dieses plus 2ab noch dazu braucht? Und die Antwort ist niemand. Die binomischen Formeln hat sich niemand ausgedacht, sondern die binomischen Formeln sind eine Folge von dem, was wir schon wissen. Nämlich, was das Quadrat bedeutet. Also a plus b hoch 2. Wir wissen ja, was hoch 2 heißt. Nämlich a plus b hoch 2 ausgeschrieben, weil ja einfach a plus b mal a plus b. Und jetzt haben wir zwei Klammern, die wir multiplizieren. Und wir wissen ja auch, wie man Klammern multipliziert. Wir haben das ja in den letzten Videos zum Distributivgesetz schon gesehen. Nämlich einfach alles mit allem multiplizieren. Und jetzt multipliziere ich das einfach mal aus. a mal a gibt a Quadrat. a mal b gibt plus ab. b mal a gibt plus ba. Aber die darf ich mir vertauschen, deswegen schreibe ich plus ab gleich. Und b mal b, das ergibt plus b Quadrat. Also einfach nur ausmultipliziert, wie wir es schon kennen. Naja, jetzt fasse ich noch alle Terme zusammen. a Quadrat bleibt ab plus ab, das kann ich zusammenrechnen, das ist 2ab. Und dann bleibt noch das plus b Quadrat. Und siehe da, auf einmal steht da die binomische Formel. Also die denkt man sich nicht aus, sondern die rechnet man aus. Einfach dadurch, dass man das Quadrat verwendet. Ich werde das gleiche jetzt nochmal machen mit der zweiten binomischen Formel. a minus b zum Quadrat. Und euch zeigen, dass das kein Zufall war. Und die dritte binomische Formel könnt ihr selber mal ausmultiplizieren, wenn euch langweilig ist und ihr mir das nicht glaubt. Zurück zu unserer zweiten binomischen Formel. Ich fange an auszumultiplizieren. Da kommt jetzt ein minus ab. Dann habe ich minus b mal a gibt minus ab. Und minus b mal minus b gibt plus b zum Quadrat. Und jetzt vereinfache ich wieder das a Quadrat, bleibt stehen. Minus ab minus ab gibt minus 2ab. Und das plus b Quadrat, das bleibt auch stehen. Und dann sehe ich, da hüpft einfach meine zweite binomische Formel raus. Jetzt werde ich euch natürlich fragen, was ist jetzt mit diesem Geheimnis um die binomischen Formeln? Und das will ich euch jetzt zeigen. Die Wahrheit ist, es gibt kein Geheimnis um die binomischen Formeln. Beziehungsweise wir haben das Geheimnis gerade gesehen. Nämlich die binomischen Formeln braucht man überhaupt nicht. Ich habe im letzten Video ein Beispiel gerechnet. Das war 4x plus 7 zum Quadrat und haben das mit binomischen Formeln ausgerechnet. Oder war es minus 7, ich weiß es nicht mehr genau. Und wir haben jetzt aber gesehen, wo die binomischen Formeln herkommen. Nämlich die binomischen Formeln sind ja einfach nur das Quadrat ausschreiben und die Klammer ausmultiplizieren. Das heißt, falls euch mal eine binomische Formel nicht einfällt, macht sie genau das. Wenn man die binomische Formel vergessen hat, dann schreibt man das Quadrat einfach aus. Und wie man Klammern ausmultipliziert, das wisst ihr bestimmt. Das macht sie dann einfach. Das machen wir auch jetzt an der Stelle. 4x mal 4x sind 16x Quadrat. 4x mal 7, das sind 28x. 7 mal 4x, das sind wieder plus 28x. Und 7 mal 7 sind 49. Und jetzt rechne ich noch zusammen. 16x Quadrat bleibt, weil ich habe keinen anderen Term mehr, wo ein x Quadrat dabei steht. Dann habe ich aber zwei Terme mit einem x. Nämlich 28 plus 28, das ergibt 56x. Und dann bleiben noch die plus 49 übrig. Und ich habe das jetzt komplett ohne binomische Formel ausgerechnet. Allerdings, warum lernt man dann diese binomischen Formeln? Wozu soll das gut sein, wenn man sie eh nicht braucht? Dass die binomischen Formeln aber ganz gut sind, wenn man die kann, das zeige ich euch jetzt noch schnell. Wir rechnen nämlich nochmal das gleiche Beispiel, 4x plus 7 zum Quadrat, mit der binomischen Formel. Binomische Formel heißt ja, das ist die erste jetzt, die fängt an mit a zum Quadrat. Mein a ist 4x, das heißt, a zum Quadrat sind dann 16x Quadrat. Jetzt kommt plus 2ab, also multipliziere die beiden Terme in der Klammer. 4x mal 7 sind 28x und verdoppel sie. 28x mal 2, das sind plus 56x. Und dann kommt noch der dritte Term, plus b zum Quadrat. 7 zum Quadrat sind plus 49. Ihr seht, das Ergebnis ist jeweils das gleiche. Natürlich, weil wir haben ja gesagt, wir brauchen die binomischen Formeln nicht. Aber oben habe ich zwei Zwischenschritte machen müssen, die ich mit der binomischen Formel nicht brauche. Das heißt, ich komme zum gleichen Ergebnis, aber viel schneller. Und ich will mich ja, wenn ich rechne, nicht zu lange mit Sachen aufhalten, unnötig. Wenn ich sie fehlerfrei, das ist wichtig, wenn ich sie fehlerfrei schneller rechnen kann, dann mache ich das natürlich. Und deshalb sind die binomischen Formeln gut und wichtig, dass man sie kann. Aber, falls ihr mal eine Schularbeit, einen Test oder Hausübung etc. habt, und ihr wisst die binomischen Formeln gerade nicht, sie fallen euch nicht ein oder ihr seid euch nicht sicher, dann macht ihr genau das da einfach das Quadrat ausschreiben. Ihr wisst, was Quadrat heißt, nämlich mit sich selbst multiplizieren und multipliziert es dann einfach die Klammern aus. Ganz einfaches Rechnen mit Termen. Das ist alles, was ich euch heute erzählen wollte. Weil ich aber gesagt habe, binomische Formeln sind wichtig, dass man die kann, gibt es natürlich noch ein paar kleine Übungsbeispiele für das nächste Übungsvideo. Das sind diese fünf Beispiele hier, ein bisschen um die binomischen Formeln zu üben. Das rechnen wir dann auch im nächsten Video gemeinsam aus. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder und jetzt wie immer. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder.